Wieso musstest du deinen Wecker stellen? Es ist Sonntag, hallo! Sonntag! Oh man! Sorry! Sorry! Ich habe ihn vergessen auszumachen. Sorry, tut mir echt leid. Wir schlafen einfach weiter. Ja, was wollt ihr essen? Ich mache nämlich das Frühstück. Eine Limo mit Herzchenkeks. Mit Schokolade drauf, bitte. Und ich eine Apfelsäule mit Erdbeerknochen. Geht klar? Oh, es gibt viel zur Auswahl. Toll.